Ja, kommst du jetzt mal rein, Omi? Kannst du nicht einfach in der Tür stehen bleiben? Ja, hab ich doch vorhin schon gesagt, ich hab gepupst, Mann! Moin, moin, Leute! Und willkommen zurück zum Bussimulator! Ja, in der letzten Folge haben wir die sieben Haltestellen, Oakville, Siegwalden und Speichen des Gewerbegebiets verbunden und befahren im Rundfahrtmodus. Ja, und jetzt müssen wir noch eine Strecke, eine neue Strecke erstellen mit maximal sieben Haltestellen und den Schurbergrund bis hin zum Speichen des Business Parks verbinden. Das heißt, wir müssen uns von hier unten vorarbeiten bis hoch zum Gewerbegebiet. darf maximal sieben Haltestellen haben. Wir müssen Siegwalden auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, dann mache ich mal direkt eine neue Strecke und dann sehen wir es gleich wieder. So, ich habe da mal eine Strecke zusammengebastelt. Ist ziemlich lang geworden. Die geht bis oben hin ins Industriegebiet rein, zur West- und Nordspeicher. Ja, werden wir diese mal jetzt fahren. Sonnig und regnerisch. Heute natürlich fahren wir auf realistisch. Freie Fahrt ist aus. Immer noch mit dem Zitaro K. Ich denke mal, wenn wir die Ziele jetzt schaffen, dann haben wir genug Geld, um uns mal einen neuen Bus zu kaufen. So, da starten wir direkt im Regen. So, der gerade Ausschalter, den ich sonst immer vergesse. Die Handbremse ist diesmal... Einmal ist die Handbremse an und manchmal nicht. Das ist sehr, sehr komisch. Ich glaube, das Spiel wird mich langsam ein bisschen veräppelt. Arbeitergasse. Arbeitergasse. Hier ist unsere Start- Haltestelle. So. Kommen Sie rein, bezahlen Sie. Sind jetzt zwei reingelaufen, ohne zu bezahlen. Ah, warte ab. Was hängt denn da in der Tür? Leute, haben Sie mich ver... Ja, kommst du jetzt mal rein, Omi? Kannst du nicht einfach in der Tür stehen bleiben? Da wird den... Ja. Fängt schon gut an. Sehr schön. Ah, wir können den, äh... Scheibenwischer mal anstellen. Ja. Das hatten wir doch letztes Mal schon. Manchmal fühle ich mich auch wie am Spiel. Ach, ich bin ja in einem Spiel. Oh mein Gott. Kann doch nicht jetzt nicht wahr sein. Leute, ihr müsst fahren, nicht... nicht stehen bleiben. Hm. So. Oh, das war pünktlich. Ah. Ja, Sie können ruhig reinkommen. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Einen Tag. Senior, so sehen Sie auch aus. Dann bekommen Sie auch eine. Und gleich werde ich mal die Fahrkarten kontrollieren. Ich werde den Überraschungseffekt nutzen. So. Ja, auf die packenden Autos aufpassen hier. Oh, diese Sonne, die blendet aber ganz schön. So. So. Da stehen die nächsten Köpfe. So. Ja, ich bin ja auch schnell, Oma. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja, für den ganzen Tag. Sehr schön. So lobe ich mir das. Ach, Wechsel gilt für uns auch noch, ne? Ja. Okay. Bin ein bisschen zu schnell heute. Dafür steht da wieder keiner in der Tür. So. Flusspromenade. Wo muss man hin? Bleib bloß stehen, du Fußgänger. Wollte gerade über den Zebrastreifen laufen. Oh, Bodenwelle. Ja, nicht mehr geschafft. So ein Mist. Hier sind sehr viele Bodenwellen, muss ich sagen. In der Stadt. fährt sich auf jeden Fall schon mal anders im Regen. Ich habe das Gefühl, auch man muss ein bisschen stärker bremsen. weil ich weiß nicht, ich weiß nicht so genau, ob das, also ich habe das Gefühl, dass man ein bisschen stärker bremsen muss. Kann mich natürlich auch irren. Ich habe es gepupst. Darum stinkt so. Wollen wir mal Licht anmachen. Fernlicht. Ja. Da sieht man gleich doch noch mehr. Ja. Ja, ich gehe auf jeden Fall ins Sägewerk am Freitag. Da geht richtig Party ab. Eine Fahrkarte, bitte. Hallo. Ja. Eine ganze Woche überlegt ihr das gut? Ähm, zwei Euro Wechselgeld. Eine Fahrkarte, bitte. Auf den Tag. Standard. 3,80 Euro. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Ja, du wolltest erst vorbeigehen. Das habe ich gesehen, ne? Aber gut. Hast du dir doch noch überlegt. So. Äh. Was? Rampe raus. Ach. Bremse. Jedes Mal die Bremse. Ah. So. Dann gehen die Türen auf. Und drin ist er. Was stinkt denn hier so? Ja, habe ich doch vorhin schon gesagt. Ich habe gepupst, Mensch. Mein Bus stinkt jedenfalls nicht. Okay. Na, jetzt müssen wir über die Brücke fahren. Richtung Siegwalden. Boah, ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Ja, du hättest einiges nicht essen sollen. Ich habe das Gefühl, die Fahrgäste werden immer frecher und frecher, äh, von von Spiel zu Spiel. Richtung Siegwalden. Oh, ich liebe es, mit diesem Bus zu fahren. Der kommt jedes Mal ohne weiteres um die, äh, Kurven rum. Ich stoße nirgendwo an. Das ist perfekter Bus. Oh, Blitzer. Wir wollen kein Foto haben. Oh. Leicht wie eine Feder bin ich über diese Bodenwill, äh, Bodenwelle geschwebt. Ach, mit dem Geschwindigkeitsbegrenzer drin. So, jetzt können wir wieder Stoff geben. Ich wundere mich schon, warum der Bus so langsam fährt. Ja, kommen wir noch durch hier. Jawoll. Ach, und erst mal an dieser Stelle bin ich nicht durch das Schlachtloch gefahren. Sehr gut. Ach, ich bin stolz auf mich heute. So, da müssen wir lang. Da müssen wir nach links. Da muss ich jetzt einmal komplett rumfahren. Verstehe ich nicht. Und da sind die Kühe wieder auf der rechten Seite. Die rufen schon noch mir. Halt an! Wir wollen mitfahren. Halt an! Na, jetzt müssen wir hier links. Och, meine Güte. Komm, wir sind schon im Zeitverzug hier. Ist doch scheißegal, ob da Autos kommen. Fahr durch! Jetzt ist, jetzt ist es frei. Komm! Ja, Fußgänger, klar. Okay. Ich habe gedacht, der bremst schon jetzt wieder für irgendeinen Scheiß. Oh, mein Lenkrad. Das war nicht feste genug. Das kann schon mal passieren. Oh, mein Gott. Ich hube heute mehr im Spiel, als ich fahre, glaube ich. Nichts neuer. Ja, Tatsache, wir sind einmal rumgefahren. Verstehe ich jetzt wirklich nicht. Zumal der hat die Haltestelle da vorhin auch gar nicht angezeigt. Das hätte ich mal direkt erhalten können. Oh, mein Gott. Ist wie im richtigen Leben. Die Straßen sind voll. Viele fahren wie bekloppt. Alle gehen zum alten Sägewerk. Jetzt aber. Jetzt müssen wir sie erwischen. Die Haltestelle. Die Haltestelle. Oh, mit über, über drei Minuten fast Verspätung. Ja. Ich fahre dir die Rampe raus. Jetzt weiß, dass ich zu spät bin. Aber wenigstens habe ich euch alle hier hingebracht. Seid froh! So, hier staut sich der Verkehr. Ja, der hält an gut. So, jetzt geht's ab ins Industriegebiet. Wo wir dann unsere Endstellen erreichen. Und dann sind wir mit der Strecke durch. Dann haben wir unsere aktuellen Ziele erledigt, würde ich sagen. Dann kriegen wir als Belohnung, ich glaube, 60.000 Euro war das. Und neue Aufgaben hinzu. Ich denke mal, wir werden auch noch einige Sachen freischalten diesmal. Und im Level ein bisschen aussteigen. Dann müssten wir auch schon den nächsten Bus bekommen. Ja. Genau hier ist auch immer Stau. Ihm an derselben Stelle. Boah. Leute, wie war denn euer Wochenende? Erzählt mir das. Schreibt mir das in die Kommentare. Und dann können wir ein bisschen quatschen. Würde mich auf jeden Fall mal so interessieren, äh... Was manche so machen. Am Wochenende. Ich mache am Wochenende meine Let's Plays. Andere gehen feiern. Ja, vielleicht solltest du mal einen Regenschirm mitnehmen. Und du auch. Oder mit dem Bus fahren. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nicht einen mit Regenschirm gesehen. Aber da lief ja gerade links einer her. So, Westspeich ist die vorletzte, glaube ich. Low Forest! So, alle aussteigen! Ja, wunderschön finde ich nicht, dass ihr den Müll hier drin lasst. Hier, bitte. Ja, gültige Fahrkarte. Du auch. Hier. Sehr schön. Sehr vorbildlich. Omi? Oh, Augenblick. Da. Ja. Ich steige schon mal wieder ein. Hast du deine Fahrkarte gefunden? Das ist Weihnachten. Haben wir ja auch schon bald. Übrigens, zu Weihnachten ist was in Vorbereitung für den Bussimulator. Viel werde ich darüber jetzt nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, lasst euch überraschen. Wird auf jeden Fall ein oder zwei Folgen Spezial geben. Ja, da ist mein Lehrling. Ja, der gibt mir schon Licht, Hupe. Ich weiß leider natürlich nicht, wie das hier funktioniert an meinem Bus. Muss ich auch mal checken. Ich müsste auch noch einige Sachen am Lenkrad einstellen. So, Hupe und sowas. Ne, habe ich noch nicht gemacht. Ja, aber fürs nächste Mal auf jeden Fall. So, die Strecke haben wir abgeschlossen. Ja, wir fahren jetzt nicht zum Depot, sonst dauert es zu lange. Hier nochmal verändern. So, müssen wir im Level hochrutschen. Auf acht. Ja. Ein neues Wrap. Eine neue Farbe. Prima. Und wir haben nichts mitgenommen. Wir haben weder Strafzettel bekommen. Wir haben keine Fußgänger umgenietet. Perfekt. War doch eine gute... Gute Fahrt. Ja. So. Gehen wir zurück auf den Streckeplaner. Dann müssten wir eigentlich... Ja, die Sachen haben wir jetzt erledigt. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste, dass ihr es hinbekommt. Ich freue mich, euch die Schlüssel zur landwirtschaftlichen Fläche und zum Gewerbegebiet überreichen zu dürfen. Bildlich gesprochen versteht sich. Wir haben schon ewig keine echten Schlüssel mehr gemacht. Egal. Wir sind gespannt auf eure Pläne, um die beiden verkehrsdichten Gebiete in euer Netzwerk einzugliedern. Wenn du das hinbekommst, wird die Stadt die südlichen Bezirke und Steineck wieder für den öffentlichen Nahverkehr öffnen. Freunde von mir wollen in der dortigen Kirche heiraten. Vielleicht bringen wir die Sache rechtzeitig ins Rollen, damit die Hochzeitsgäste die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen können. Oh, und bevor ich es vergesse. Als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Ja, das hört sich doch gut an. Wir werden in der nächsten Folge auf jeden Fall die Landwirtschafts- und Industriezonen in unseren Streckennetz einbinden. Ja, und dann werden wir uns auch den Erdgasbus kaufen. Ich glaube, der ist gar nicht... Ich glaube, der müsste um die 300.000, 350.000 Euro kosten. Ja. Dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann liked den Scheiß. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Ciao, ciao.